Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Jurassic World oder besser gesagt Jurassic Park 2 Vergissene Welt, wir bauen hier ein Fahrzeug, wie es aussieht Aus einem Scheisshaufen, was diese Dinos heutzutage alles fressen Ah, ist ein Rasenmäher, ganz geil Ja gut, die gehen halt doch durch hohe Gras, auch wenn uns der Typ da das gesagt hat, dass wir uns das nicht tun, wir wissen ja auch wieso nicht Wir haben keine Schaufel, nur Ellen, wer war das? Juh, der Arthur flüchtet mal wieder rein, schön Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Boah, werden wir einfach angriffen Okay, jetzt noch X, 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 X Oh, Frauenpower Schnellblecher Äh, Nick, 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 Nick Wo ist Nick? Da ist Nick Braucht deine Mechanikkünste Und, ähm, Ian, 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 da rein, bitte Ah, ich glaube, wir können eh alle rein Das hat hier zu tun, aber jetzt werden wir bestimmt wieder damit Oh, diese kleinen Scheissbücher Nein, es gibt sie nicht Oh, ich habe es schon mal gesehen Ich will es nicht schon wieder haben Gut, wir haben noch irgendjemanden, der da unten durchrutschen kann Steb Du brauchst noch einen Tipp Kein Problem Ist ok, ist ok, ist ok Hä, irgendjemand kann nicht durch, ich sehe nicht wer Kann ich dir behilflich sein? Ja, ich weiss, aber ich weiss grad nicht wer das ist Ah, doch, sie Oh, wie genau soll das gehen? Drück hierfür, ah Hui, also Oh, nicht ihr schon wieder Abfahrt da Nein, aber ich habe dann ganz satt Okay, kann ich wieder bauen Bevor das so doofe Viecher können Wir kommen einfach hier schnell zum Teil bauen Damit wir natürlich das Ding schnell wegheben können Dass auch die anderen unten durchlaufen können Sehr schön Und weiter geht's Wir haben ja auch etwas Irrn, Irrn, äh, Nick Das muss Nick machen Oh Jawohl Auch da muss ich was Oh, oh mein Gott Das kann wieder nur der andere Dino Mann, Mann, Mann Was ist hier? Ah, das kann nur Oder kann das Zero auch? Nein, ok Das kann also nur wieder Ellie machen Oh, oh, Nick, Nick Fotoschiessen, Fotoschiessen Schiessen Sehr schön Jungs Schiessen Ich dachte so Ich werde gemüt'nest bressen Oder ein Hühnchen Das ist wohl Gras gelaufen, dass meine guck war ich bin und ich bin ja gut also war auf der Oberlinie vielleicht wie hat gut die Brunzen scheiß auf das Sprecher der Gäder 1 Was kommt denn hier wieder? Irgendwas mit den Rädern? Können wir jetzt ein Rasenmäher bauen oder was? Eiswaff Ja, also ziemlich viel Humor an dieses Spiel ja schon Das ist ja witzig Nein! W-w-w Oh, ah Und? Wow, das muss ziemlich schnell sein Ich habe Leben verloren, wie ich das sehe Man könnte das auch sterben bei so einer Auktion Das wollen wir doch nicht Ist hier irgendwas Schlaues drin? Nicht? Ah! Scheiss Dino wieder! Ich will dann endlich freischalten Ah, da brauche ich doch Legs Äh, sonst wer könnte dann noch schlafen? Die können auch sonst alle nicht schreien Außer eine Frau Vielleicht ist das gleich noch eine Frau noch Aber gleich hat sie einfach noch einen anderen Weg Wo wir die Uhr schlafen können Hä? Haben wir diese Person? Nee Okay Ja, scheisse Das heißt Wo geht's denn hier weiter? Hier nicht Da auch nicht Es muss hier irgendwas anderes noch geben Es gibt immer einen anderen Weg Ah, da ist vielleicht noch irgendwo was Verstehen Oder nicht Doch nicht Schade Ja, mit nem Dino könnte ich das jetzt aufspielen Aber den habe ich ja noch nicht Wie geht's denn hier weiter jetzt? Ja, da kann ich nur mit Ja, da kann ich nur mit Ja, da kann sich vielleicht auch schreien Ah, ja Also Kinder schreien gerne, hä? Sehr gut Dann baue ich irgendwie was hin Aha Ein Lockvogel Sehr gut gemacht Das heißt, wir können jetzt hier weiter gehen Da ist noch der Eiswagen Was den ich vorhin geschickt hab Und dann kommt der nächste Raptor Äh, öh, 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 der eben vom Rasenmäher Oh, ne? Oh! Oh! Fotoschießen, Fotoschießen, Fotoschießen So dämlich, einfach so dämlich Kann ich einfach wissen zu sagen Oh, alle gekommen, wer von mich geschahs Finito Ah Ah Die haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann er es versuchen. Na, endlich ist dieses Level geschafft. Oh je, mini. Das ging jetzt ziemlich lang. Naja, wir haben in ein paar Münzen gesammelt und zwar waren das viel Prozent. 71 Prozent, naja, immerhin fast zwei Tempel. Minikit haben wir auch freigeschaltet. Reines, gut. Und wir haben diesen Karten freigeschaltet. Den Robert Burke. Den Ingen Mechaniker. Ingen, Ingen Mechaniker. Peter Ludlow. So. Und Fahrzeuge. Den Jäger Snapper freigeschaltet. Den Jäger Störefried haben wir freigeschaltet. Und sonst nichts. Bellen Stein haben wir keinen gefunden, aber wir haben hier den Level abgeschlossen. Schon das zehnte Stück. Und wir können dann gleich die Geschichte fortsetzen. Ich glaube, diese Folge wird aus und sei es wieder nur neun, zehn Minuten. Das tut mir leid. Dafür waren ja die letzten zwei fast 20 Minuten. Also kann man das schon mal machen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Jurassic Park Vergissene Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.